So, der Lado. Weiß ich so, ob du tust nur... Was? Du tust nur nicht so. Hä? Körpergesundheit geht vor, ja. Noch hab ich praktisch, noch drei Tage. Drei Tage, okay. Drei Tage und dann gehst du direkt zum Arzt. Wehe, wenn nicht. Dann sag ich das Alex und dann... Dann kriegst du Ärger. ... ... ... ... ... ... Ich bin aber weg. Viel Spaß bei LOL, oder was auch immer du jetzt machst. Ich schätze mal, LOL. Oh, jetzt natürlich kommt sie gerade durch die Autor. ... 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 Tschüss, dadadadada. Dadadadada. Ka-ching. Achja, aber es lohnt sich da, nochmal hochzulatschen. Einfach weil man Sachen gekriegt. Ich bekomme jetzt Staff und ich will jetzt Staff. Hallo Staff. Ja, mein Staff. Doch, nee, doch, nee, nein, doch, nein, vielleicht doch, nein, vielleicht doch, nein, ja, ja, nein, doch nicht. Staff 1, Kamurüstung, yes. Wer ist Alex der Freund? Vater Koppel? Äh, ihr Freund. Und, feuert euch. Nice. Und, fühlt sich endlich. Mutter. Mein Freund. Perlkette. Nice. Einfach viel zu stark. Und, er kann die Kamurüstung tragen, die einfach ihn aufpowert. Und, kann sie jetzt das kurz... Nö, das Ding kann ich eigentlich nicht nehmen. Sie kann die Perlkette anlegen. Okay, gut, dafür hat sich das gelohnt. Gibt's da drin jetzt noch was außer Gegner? Nein, okay. Äh, Tasche, äh... So. Hallo. 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 So. Bisschen. Dankeschön. Clamento. Ah, schöner Ort. Ich mag Clamento. Wo ist, äh... M- ups. So, hat's dir gelohnt. Das kann ich für euch tun, wahr? Hast du irgendwas nicht verloren? Waffen? Jetzt guck ich einen weiter nicht mal an. Ja, ne. So gut nicht. Widerlix. HALZHELM! Ich will hier gar nichts zum Ausrüsten gehen. Auf keinen Fall. Das ist over. Dann hast du mich wieder vergessen. Tschö tschö saupje. Äh, kriegst du's voll gemein. Richtig fies. Dada-da-da-da-da-da-dada-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Das ist das nicht hilfreich. Ich hätte gern meinen Steckern Halt sauber, du hast es doch selbst auch noch mal gesagt. Hallo, Nado? Ich bin Kulote, der heißt am Abend im Wurm. Ich verstehe ja, dein Kollege, wart ihr schon mal in der Nordhöhle? Nein, aber warum fragst du? Es gibt ein Gericht, dass dort ein Rubin in der Form eines Apfels ist. Leider sind dort sehr viele Monster, sodass ich nicht an den Rubin herankomme. Ich muss den Rubin aber einfach haben. Verkauft die in mir, wenn ihr ihn findet. Natürlich zeige ich euch, was immer ihr vordert. Ich weiß, wie man mit Geld umgeht, sonst wäre ich nicht zu reich. Liebling, der Klartan hat die Bitte immer noch nicht bezahlt. Sie sind immer zu spät. Was schon wieder? Ja, ich habe ihnen gesagt, wenn sie noch mal ver... wird das noch mal vorgefliegen, sie heraus. Und was machen wir? Hm, weiß ich nicht. Ups, belässt dir unsere Gäste doch nicht mit solchen Dingen, Liebling. Mache nicht, das ist doch nichts falsch, was daran liebe Heinz schlagen. Haha, hast du nicht etwas draußen zu erledigen? Schau, ist ja gut. Draußen ist jetzt wieder hinter. Lass das über ein paar... wenn du dich verbesserst immer und nicht falsch warst, dann muss ich es immer noch. Ich weiß nicht, ich feiere ihr Leben. Außerweg, chuchu, 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 chuchu. Und der Grund, den jetzt zu timeouten, war jetzt nicht wirklich berechtigt. War das denn ein Bun oder ein Timeout? Oder sollte es ein Purge werden? Entschuldigt, ihr bitte irgendwie peinlich. Hahaha. Finde ich nicht gut, gerade, dass jemand die Teilmodus hat. Nordhöhle, da? Wo könnte die Nordhöhle nur sein? Im Norden, oder? Ist die hier? Ne, das ist schon der Weg zum nächsten Norden. Ah, sondern die Perch, okay, 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 ich hab nichts gesagt. Dreimal stärker, holy fuckaroni. Okay, viel Erfolg bei der Abflussprüfung, auf alle Fälle, und viel Erfolg beim Erden auch. Ich drücke dir die Daumen. Da, schau, Daumen. Ich entrücke dir. Holy fuckaroni. Hörst du bitte die Freunde in Ruhe, sie müsste noch ein bisschen leben. Damit sie mal ein Level abkriegt, danke. Heile ich mal. Ach, jetzt komm ich in die Höhle, ah, mit Gerardo. Gerardo, oder Gorgonzola. Ich so gerne nenne. Funke! Nicht mehr lesen. Na gut. Da, 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 da. Bis gleich, Muskelmacher, bis gleich. Yes, coole Höhle. Da drüben, seht ihr Gorgonzola. Das ist Gorgonzola. Gauda. Gauda. Das ist Gaudi. Was ist eine Gaudi? Komm her jetzt. Die machen so unmenschlichen Damage, das ist doch nicht mehr schön. Irgendwie finde ich gerade diese Farbe hier echt anstrengend. Kann das ein bisschen weg? Ah, so. Jetzt ist es nicht mehr so anstrengend für meine Augen. Heilige und teure wahrscheinlich auch nicht mehr. Hast du Steam? Ja, ich habe Steam. Heißt es dort auch Stormkex. Oh, wenn ich suchen will. Tschüss, Chaos Bean again. Da, 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 da. Bam. Oh, Bamalan. Kaplach. Da, 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 da. War das hier lang? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das hier lang war. Darf man dich enden? Äh, in Steam, natürlich. Nach Türe Le Monde darf man das. Ist ja nichts Falsches dabei. Also, nur zu. Vier. Oh, Leute. Kommt schon. Vier. Gut, gut, guten Tag. Sehe ich das richtig keile Festgeber. Hallo, Laksa. Servus. Dankeschön. Und ja, es ist richtig. Mit einem Bärenbild? Nein. Mit Tony Chopper. Also mit so einem Elch. Mit einer rosa Mütze. Oder wo meinst du? Darf man dich enden? Der ist ja abwesend. Da, 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 da. Nö, ich hab so'n Elch hier drin. Einen Tony Chopper von One Piece. Da, na, 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 na. Du darfst die noch drin haben. Also ich denke, werde ich auch nie ändern. Extra, wenn man sich sofort findet. Also ich dachte, mirheben klappt. Sehr schön. Geht's mir jetzt prima. Und dir? Geht's dir auch gut? Du kannst zuerst haben. Da ist... Ach, was schau ich immer bei guy wie man sauber kann? Der gute stellt, haue mich. Alles! Äh, Perfekt! Da-da-da-na-na-na-na! Hast du jetzt gerade mein Profil gepostet? Lass, lass doch die Leute ein bisschen suchen lieber Quicks, auch ganz nett gemeint. Eigentlich super lieb gemeint, aber lass doch die Leute ein bisschen suchen. Wow! Hast du so ein Bärenbild? Nein, haben wir immer noch nicht. Ich habe gerade... Okay, okay. Ah ne, das war ja irgendwie sowas. Ich habe gerade drei Anfalles in einem Zuge bekommen. Okay... Wie macht man sowas? Oder wie geht das? War gut, äh, Twitch-Bugball wieder wunderschön, oder kann das sein? Ja, wunderschöne Halbpunkte gefunden, nice. Ne, hat ihn, glaube ich, nicht gelesen. Hat es einfach überlesen. Und hier ist genau der Boss, war ja klar. Was? Was dann? Wie gesagt, da oben steht der Link. Quicks hat ihn gepostet. Blutmaus-Bamm. Ah, na. Wow! Ich bin froh, dass ich mir das weg konnte. Ich bin auf dem Handy, sorry. Achso, äh, ich habe einen Elch, wie gesagt. Elch, 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 Elch. Tony Chopper von One Piece. Ich bin froh, dass ich mir das wegweg verließe bin. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Das ist zu der Flucht. Na, weil es sich nicht so gut geschaut hat. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Und meine Umständen aufgerissen ist. Ich hoffe, das klappt jetzt noch. Ich glaube, aber es sollte noch klappen. Egal. Pumpkin hat sich hinzugefügt. Ja, da hast du mich gefunden. Hä?